Trainer, wir sind mittlerweile fast akklimatisiert hier in Belek nach einer komplikationslosen Anreise. Deine ersten Eindrücke hier von den Bedingungen im Trainingscamp an der türkischen Riviera sind? Sehr positiv. Die Sonne scheint, das Meer vor der Nase, Berge mit Schnee oben, was wir nicht heimbekriegen. Nein, das Hotel ist hervorragend, wir haben alles was wir benötigen und auch hervorragende Fußballplätze, die einfach fast wie ein Kunstroßen sind, nur dass sie Natur sind. Stichwort Hotel. Du hast gestern ein bisschen funkelnde Augen bekommen, wie du da in die Lobby gekommen bist. Was hat das für einen Hintergrund? Ja, ich habe schon ein bisschen Erinnerungen an das Hotel. Ich war zweimal sogar schon da als Spieler und habe durchaus positive Erinnerungen. Nämlich? Ja, schöne Zeit. War eine anstrengende Zeit als Spieler genossen, aber auch eine erfolgreiche. Wie gehst du das prinzipiell mit deinem Trainerteam an, so ein Trainingslager? Es sind insgesamt mit Hin- und Rückreise zwölf Tage am 26. Jänner. Geht's retour? Ich gehe davon aus, du hast ja sehr viel schon im Vorfeld zu planen gehabt. Ja, also langweilig wird uns nicht. Wir sind natürlich vor jeder Einheit. Generell das Trainingscamp haben wir schon durchgeplant. Und ja, viele Einzelgespräche, viele taktische Besprechungen. Auch nicht nur mit den Spielern, sondern auch mit dem Staff und anderen Leuten. Und ja, wie gesagt, der Tag wird fast zu kurz. Gott sei Dank sind wir zwölf Tage da. Wo liegen jetzt in diesen Tagen hier in Beleg die Schwerpunkte der Arbeit? Auf was wir besonders Bedacht genommen? Ist das mehr, dass die Spieler topkonditionell drauf sind oder geht's da mehr in den taktischen Bereich oder ist es eine Mischung aus allem? Ja, alle Facetten natürlich. Fußball ist ja nicht nur Athletik oder Technik, sondern da muss man einfach alles zusammenbringen. Das probieren wir. Ja, die Jungs ziehen auch voll mit. Sie sind wirklich motiviert und geben jede Einheit Vollgas. Das ist jetzt eine ziemlich große Reisegruppe. Über 30 Spieler. Und dabei sind da zum Beispiel auch wieder Leo Greiml oder Leon Schuster zwei, die mit großer oder wahrscheinlich mit Sicherheit im Frühjahr jetzt gar nicht mehr spielen können, weil sie um ihr Comeback kämpfen und so weiter. Was waren da die Hintergedanken, dass du die wirklich alle mit an Bord nimmst hier in der Türkei? Ja, das haben wir zusammen entschieden mit einer sportlichen Führung, dass es einfach Sinn macht, dass wir alle zusammen sind für das Klima, für die Stimmung. Und dementsprechend finde ich es einfach nur gut, dass wir alle da sind und hier unsere Bubble haben und wirklich perfekte Bedingungen nutzen können. Drei Testspiele stehen auch im Programm. Am 19. gegen Krakow, Krakowia. Und drei Tage später wieder ein Doppel, so ähnlich wie in Wien gegen Lafnitz und Steyr. Da sind es internationale Gegner mit, ich glaube, dem Tabellenzweiten aus Polen, Stettin und Deplice aus Tschechien. Starke Gegner? Und auf was wird da besonders das Augenmerk bei dir liegen? Ich weiß, das Ergebnis ist es wahrscheinlich nicht. Ja, doch. Ich denke einfach, dass wir jedes Spiel gewinnen sollten oder zumindest probieren sollten. Und dementsprechend, wir spielen ein Spiel, damit wir uns messen können und das wollen wir gewinnen. Aber natürlich müssen wir einfach weitere Schritte in die richtige Richtung setzen und das werden wir probieren. Und natürlich werden wir auch variieren in den Aufstellungen und wer sich da dann am besten zeigt, hat natürlich dann die besten Karten für den Rückrunden statt. Dass du jetzt vielleicht unseren Seherinnen und Sehern ein bisschen einen Blick geben kannst. Das neue Jahr ist noch sehr jung. Die Vorbereitung läuft trotzdem schon fast 14 Tage. Wie empfindest du jetzt die Zusammenarbeit innerhalb deines Trainerteams? Du hast ja auch nicht alle, glaube ich, sehr gut gekannt, wie du gekommen bist. Mit Ausnahme deines langjährigen Assistenten, dem Matthias Ulesberger. Aber auch darüber hinaus mit dem Geschäftsführer Sport, mit dem Sokki Barisic, aber auch mit Steffen Hofmann, den du als Spieler natürlich lange gekannt hast, der jetzt eine neue Rolle hat als Sportkoordinator und heute auch nachreißen wird. Wie funktioniert das? Wie hat sich das überhaupt eingependelt? Also zu meinem Trainerteam habe ich die meisten schon vorher gekannt, aber jetzt nicht beruflich. Es ist eigentlich sehr intensiv, die Zusammenarbeit, ein offener Austausch. Und ja, wir machen das immer gemeinsam und da bin ich sehr glücklich darüber. Zum Vorstand und Sportkoordinator, also auch da ist sehr viel Kommunikation da. Wir besprechen wirklich jedes Detail und finden die meiste Zeit auch eine gemeinsame Lösung. Ich glaube gerade die beiden, Sokki Barisic und Steffen Hofmann, freuen sich wahrscheinlich sehr, dass du offensichtlich auf Spieler auch aus den eigenen Reihen setzt. Das heißt, du hast hier auch sehr viele Burschen, Jungs mitgenommen, die im Herbst eigentlich fast nur bei Rapid 2 waren, teilweise natürlich schon reingeschnuppert haben. Bist du positiv überrascht über die Qualität, die es quasi im eigenen Klub gibt oder hast du das als, alter ist ein schlimmes Wort, aber als alter Fachmann schon aus der Ferne als WRC Trainer gesehen gehabt? Nein, dass Nachwuchsarbeit passt, also das ist ja kein Geheimnis. Ich habe mir jetzt einfach ein paar Spieler näher angeschaut. Schauen wir uns auch in Zukunft noch näher an und wer dann wirklich längerfristig bei uns jetzt im Frühjahr dabei sein wird, das wird dann entschieden. Einer aus dem eigenen Stall ist jetzt aus Barcelona retourgekommen. Mit dem Jusuf Demi war natürlich ja gerade medial natürlich ein Riesenthema. Er ist ja auch ein Teamspieler, er ist eines der größten Talente im österreichischen Fußball wahrscheinlich seit langer, langer Zeit. Wie ist jetzt dein erster Eindruck von ihm? Muss man sich da Sorgen machen, dass es schwierig ist, wenn dann von seinem Weltklub-Retour kommt zum sehr großen, aber doch nicht ganz so großen Esker Rapid? Ist er die oder wird er die Verstärkung, die wir uns alle hoffen? Ja, mittelfristig denke ich schon. Kurzfristig muss man jetzt einfach einmal schauen, wie schnell er sich wieder integrieren kann. Das ist schon eine andere Art Fußball, die Barcelona praktiziert hat zu uns jetzt. Dementsprechend müssen wir schauen, dass wir ihn auf unser Fitnesslevel bekommen und dann können wir, glaube ich, wirklich viel Freude mit ihm haben. Mit dem Max Ullmann ist ein Spieler jetzt einmal nicht mit dabei, um seine sportliche, kurz- und mittelfristige Zukunft zu klären, so hat es genau geheißen in unserer Presseaussendung. Sollte er Rapid verlassen jetzt schon und nicht erst im Sommer, wäre das für dich ein großes Problem? Oder denkst du, jeder Abgang auch eine Chance und gibt es da genügend Alternativen in deinem Kader? Ja, grundsätzlich Reisende soll man nicht aufhalten. Also ich glaube, das ist ganz gut, diese Einstellung. Wir sind natürlich gerüstet. Wir haben aktuell im Kader schon Spieler, die diese Position ausfüllen können. Aber natürlich sind wir auch vorbereitet, dass wir eventuell auch noch etwas dazu holen. Bevor wir quasi zum Ende kommen, noch eine private Frage sozusagen. Du warst als Spieler sehr oft auf Trainingslager, hier geht es auch als Trainer ab und bist aber auch ein Familienmensch. Wie sehr wirst du zu Hause vermisst? Ja, ich vermisse die Familie schon ein bisschen. Ich weiß nicht, ob sie mich auch vermissen. Also wir sind natürlich im täglichen Austausch und wir haben ihnen schon ein paar Fotos zukommen lassen. Ja, es passt. Also wir sind schon sehr selbstständig alle miteinander und dementsprechend passt es für alle Seiten. Gehört dazu sozusagen. Steht für die Mannschaft da in diesem Trainingslager noch etwas anderes am Programm, außer mindestens zwei Mal am Platz zu stehen und hin und wieder in der Kraftkammer? Hast du da irgendwas geplant? Ja, also wir haben einiges zu besprechen im Umgang miteinander, einfach ein paar Regeln. Das braucht man, wenn man in einer großen Gruppe funktionieren will und natürlich wird es auch Freizeit geben. Und dann noch ganz ein schneller Blick weit nach vorne. Es geht zum Pflichtspielauftakt gegen einen Klub aus deinem Heimatbundesland gegen Hartberg. Ist der Cup, der Pokal eines der ganz großen Ziele im Frühjahr? Ja, nicht nur. Natürlich wollen wir da weiterkommen. Am besten wollen wir den Cup gewinnen. Und wir wollen auch international weiterkommen und da auch. Am besten ins Finale oder mehr. Und das obere Playoff wollen wir auch. Also an den Zielen scheitert es sicher nicht. Wir müssen es einfach nur umsetzen. Ich sage einmal vielen Dank für diese ersten Infos. Jeden Tag werden wir uns nicht hören und sehen damals schon, aber jeden Tag werden wir uns auf RapidTV nicht sehen. Aber ich hoffe, dass ein oder andere Mal hast du wieder Zeit für uns für so interessante Informationen. Dankeschön. nunca mehr